Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir sind hier runtergefallen, sind für ewig drin gefangen. Diese Partei ist wieder gefangen in der Schlucht. Nein, wir sind gerade in den Keller gefallen. Das ist aber nicht schlimm, nicht weiter schlimm. Denn wir machen hier gleich alles dunkel. Das wird dann schon schlimm genug sein. Äh, freaky. Ach so. Dann bauen wir uns... Ich finde es ziemlich geschickt, dass ich mal ein Teil in mein Haus gebaut habe. Dann verliert euch das nie. Dann kann ich einfach wieder hochgehen und... Ach, wir haben schon noch einen Spitzhack. Dann machen wir mal schnell mit der weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die Folge nennen soll. Ich nenne sie aufräumen im Keller oder sowas. Das wird dann unser Keller. Hier müssen wir auch Beleuchtung einmachen. Und hier bekommen wir die ganze Zeit unsere Nährstoffe aus. Stein. Ja. Gleich kommt wieder das eklige Geräusch. Ja. Ich krieg so Angst, wenn bei Minecraft irgendwas dunkel ist. Ich kann den Kerl aus. Ich kann den Kerl aus. Hier, nimm! Endlich! Eigenspitztage. Hier, also. Na, das sieht hässlich aus. Ich find's cool, dass bei Minecraft die Dinge kaputt gehen können. Also hier und hier und hier und hier. Und hier und hier und hier und hier. Aber es ist schon sehr viel Holz. Was sag ich? Holz. Ihr wisst schon was. Ich glaub nicht, dass da wenig Monster spawnen, wenn ich da einmal... Wenn ich einmal auch schwierig gestellt hab... Da ist es ja noch dunkler als hier oben. Ich trau mich nicht raus. Ich kann meine Höhle weiter. Wenn ich Kohle find, dann schreie ich. Und ich muss mir einfach nach unten ein bisschen bauen. Dann finden wir schon irgendwo ein anderes Material außer Stein. Ja, toll, was passiert? Ach, Leck. Leck. Ich hasse Lecks. Beim Minecraft auf jeden Fall. Bei anderen Spielen dürfen sie manchmal vorkommen. Bei Lara Croft da hasse ich auch Lecks. Das war ein letztes Mal. Da war ich auf der Flucht und auf einmal musste ich ausweichen und dann war der Leck und ich bin gegen den Baum gesprungen. und das war nicht so toll. Das war gar nicht toll. gleich ertönt wieder das eklige Geräusch. Kommt schon. Ja, endlich. Ich glaube, es lohnt sich in diesem Part nicht mehr. Eine Aktion. Aber ich kann ja, kann ich das mit das machen? Vielleicht andersrum? Äh, was passiert daraus? Mal sehen. Komm, wir gucken im Backofen zu. Backofen, Back, Backofen, Back, Backofen, Back, Backofen. Äh, war es das schon? Ach so, das war es schon. Da wollen wir mal ein bisschen mehr daraus machen. Also, tschüss.